Bei der Melcher & Co. Großhandel GmbH aus Matray erhalten Sie langlebige Produkte der Marke Joja Qualität aus Stahl. Der modern ausgestattete Familienbetrieb, der bereits den Tiroler Integrationspreis für sein soziales Engagement für Menschen mit Behinderung erhielt, produziert hochwertige Güter aus verzinktem Stahlblech, Edelstahl und Aluminium. Die gut geschulten Mitarbeiter kombinieren bei der Fertigung Materialien wie Stahl, Holz, Glas und Plexiglas. Daraus entstehen die unterschiedlichsten Schrank-, Trennwand- und Garderobensysteme sowie Sitzbankvarianten. Nach Absprache sind auch gerne Sonderproduktionen in allen Größen und Farben möglich. Die Lieferung erfolgt durch einen eigenen Fuhrpark und die Montage durch fachkundiges Personal. Flexible Komplettlösungen aus einer Hand, das garantiert Ihnen Joja Qualität aus Stahl. Weitere Informationen finden Sie unter www.joja-melcher.at